Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute mal aus dem verschneiten Brüssel. Ein kurzer Bericht, wir haben heute dort Sitzung des Ausschusses für Europa und eine Welt. Wir hatten schon gestern sehr spannende Diskussionen um das Thema Europa, um die Flüchtlingspolitik in Europa, um die Flugursachen. Und heute geht es mit der Ausschusssitzung weiter und wir sind heute zum Gast zum Beispiel David McAllister von der CDU, den ich heute mal fragen werde, welchen Pass er denn dann abgibt, wenn Großbritannien aus der Europäischen Union austritt, seinen britischen oder seinen deutschen. Gut, ich werde weiter berichten. Vielen Dank und ich wünsche ein schönes Wochenende.